Ich denke, der Präsident spricht sehr gut Deutsch. Ja, er spricht auch Deutsch, ich weiß es. Im Amt hat er, noch sind wir informell, sagen wir ihm, noch sind wir informell gesprungen, dann darf man etwas Späße machen. Mit ihm Amt hat er nicht nur am politischen Gewicht zugenommen, wie ich feststelle. Stimmt so. Gut, schön. Der Botschafter ist mit dabei, stellvertretender Ministerpräsidenten. Herr Ministerpräsident, auch mal herzlich willkommen. Das ist das Ministerium berufen. Ich habe schon gesagt, die Kanzlerin hat heute früh vor dem Gespräch berichtet. Sie waren ja auch beim Bundespräsidenten und jetzt beim Finanzminister. Das hat bei der Europameisterschaft geschnitten. Ich danke für ein ehrliches Tag, für die Fútbolzen, für die Ukraine und die Tatsache. Aber in solchen Fútbolzen ist es eher wichtig, dass jemand mit der Fútbolzen ist. Das war's für heute. Vielen Dank.